Der kommt wieder. Nein, ich kann nicht schießen. Er knüppelt mich zusammen. Stefan, Stefan, leg ihn um. Leg ihn um. Ja geil. Das dumme Schwein. Ich war jetzt gerade rauchen. Gehe in das Schlafzimmer, da hinten in die Kammer. Im Dunkeln. Und als ich zurückgekommen bin, als ich wieder hier hoch wollte, dachte ich, ich bin im Ressort. Alter, ohne Witz. Ich wäre fast gegen die Wand gelaufen, weil ich einen anderen Weg vor mir gesehen habe, als er in Wirklichkeit da war. Da dachte ich, ich bin im Ressort. Alter, das ist unnormal, wie dich so ein Spiel irgendwie beeinflusst. Aber ich muss sagen, das macht wirklich Spaß. Die sollen jetzt auf einer Vögel weniger spielen. Ja, wahrscheinlich. Doch, das stimmt nicht. Boah, das hat mich total im Griff. Ja, ich glaube auch. Das hatte ich eingenommen. Ja, da steht auch was. Ich weiß aber nicht was. Okay. Oh, das war rechts. Ja. Das klang wie ein Kuhn. Abhauen, abhauen. Kannst du das Hier hinter dem Felsen. Genau. Bleib kurz oben und guck, ob er kommt. Dumm Kinder. Ja, die müssen halt richtig gequickert werden. Das wär halt echt vom Vorteil. Ja, wenn nicht, müssen wir rein und schießen sie vom Dach ab irgendwie. Ja, Dach ist eigentlich geil für mich. Wer braucht das? Könnte Richalla oder Glukha gewesen sein? Glukha, denk ich. Richalla quatscht anders. Glukha, denk ich. Das war vor uns Ohren, da hat er mich getötet. Das braucht er. Irgendwas schreit da hinten rechts im Eck. Ich weiß aber nicht was. Irgendwas habe ich da unten auf dem Acker erschossen. Ja, ich wollt grad sagen, ob er schießt Matze eigentlich? Da stand einer da unten. Ich frag mich nicht, was da war. Ja, wenn er tot ist, ist es okay. Ja, 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 bleib ruhig. Das ist Klughaar. Ja, ja, die stehen hinter dem Hausmeister. Na ja, wollen wir uns hier außen lang schleichen? Ja, beim Güss ist es nicht. Ich würd halt sagen, renn in den Hausmeister rein, mach drücken auf der anderen Seite die Tür auf und gucke ob sie sie kriegt. Da kann man jetzt so ungestört rein rennen. Ja, du musst halt durch rennen. Na ja, klar. Na ja, ich probier's mal. Einfach rein und rechts den Hausmeister. Der sitzt da links im Busch. Vor der komischen Schornstein oder was das ist. Vor der Lüftung. In dem Busch sitzt der. Linker Hand. Okay. Soll ich ihn auch scheuchen? Warte, ich komm mal rein. Komm mal rein. So, sind drinne? Okay. Der schnauft schon. Oh, das ist Killer. Oh, ich hab einen umgebracht. Geil. Das war die Granate, ja. Haha, geil. Killer ist neben euch. Killer kommt zu euch. Killer kommt auf der Rückseite. Ah, ich hab ihn gesehen. Rechts war er. Da läuft hier irgendwo rum. Ich kann nicht aufstehen. Aber ihr habt ja beide Killer, oder? Ja, ich nicht. Ah, guck ich mal raus. Da ist er. Alter. Ah, er hat mich, alter. Die dumme Fotze, alter. Warum schießt du eigentlich nicht? Ich wollte gerade klippen und mir hat einer die Beine weggeschossen. Ja, Killer. Da guckst du zum Fenster rein. Oh, ich bin auch tot. Oh, da waren wir noch da, das Arschloch. Was? Ey, der hat den... Alter, oh. Hund, oh. Und vom Dach aus hab ich auch volle Bude getroffen, oder was? Naja, weil wir haben ja bloß eine Fresse gesehen. Ja, gut. Ja, durch den Scheinheim vielleicht. Ah, Mann. Kluha. Ich hab Kluha erschossen. Ey, da hab ich ja die Quest fertig jetzt. Wie viel brauchst du noch gleich? Ne, ich hab grad zwei. Wie du hast grad zwei? Ne, die zwei jetzt eben. Ne, du hast doch vorhin schon was umgebracht. Du hast doch vorhin schon was umgebracht. Guck doch mal jetzt. Stürmen, Stürmen und Killer hab ich. Stürmen und Killer hast du ja nicht? Ja. Achso. Ne, mehr war's nicht. Andere war er gehabt. Okay. Ich dachte, das wäre ein Schaller, aber leider nein. So, wie schwer bin ich? So, wie schwer bin ich? 38. Na ja, das geht jetzt. Ich hab drei Sechziger Max mit und noch zwei Dreißiger als Ersatz. Ja, du kannst sie benutzen. Und M856A1 Munizierung. Oh, wow. Was sollte gehen? Wenn da nichts geht, Alter. Ey, weh, die Arschlöcher schießen nicht direkt. Dann muss ich dich ja dann lösen, Mensch. Wer? Ich töte dich, bevor du überhaupt den Schuss abgibst. Und dann war alles umsonst. Na ja, wenn ich tot sein sollte, können wir die Munition nehmen. Klar, das wäre ja schade drum. Ja, komm. Oder ihr könnt sie dann nehmen und mir wiedergeben. Das wäre doch besser. Ja, ich muss sagen, aktuell vermisse ich PvP nicht so sehr. Nö. Ich hab eigentlich jetzt auch gut meinen Spaß hier mit PvE. Also, gefällt mir ganz gut. Ich kann endlich mal andere Waffen spielen. Und mal testen und das mal probieren. Du kannst alles spielen, weil du kriegst Witter. Ja. Und auch mal Bosse machen. Und mal Porting haben, wo ich sonst nie hingehe. Da fällt was. Ich bin links. Ich. Ich bin links. Das ist gut. Wer hat meine Name? Mhm. Ich hab auch schon mal nichts gehört? Nö. Vorne ist Reschalla. Vorne am Hubschrauber gleich. Am Hubschrauber? Mhm. Wer ist denn von hier? Weiß ich nicht mit deinem Scope, was die Probleme haben. Ja, ein Hubschrauber weißt aber gerade auch nicht. Er ist rechts rüber gefangen, wie er runter gefallen ist. Ich schreie rein ins Stromhaus. Okay. Da ist mal nix angeschrien. Ich will eigentlich auch das Fach am besten. In der 1 könnte was drinne stehen. Irgendwas habe ich das Schreien hören. Ich renne rüber. Irgendwo rein. Oh, da steht Killer. War's nicht? Nein. Ich warte hier hinten in die Ecke. Ich dachte, du kommst hier rein, Alter. Achtung, Killer ist bei dir, Blei. Ich bin ja hinten in die Ecke. Ich weiß es nicht. Bist du tot, Stefan? Nee, nee. Ich bin in der 2. Das ist Killer. Ja, da schießt der. Er hat ja mich schon wieder umgelegt. Hör doch auf, Junge. Ich habe... Oh, ne, ja. Es kann doch nicht wahr sein. Problem. Er fliegt sich. Oh, ich habe Stürmen erschossen. Geil. Wenigstens was? Keine Chance. Jeder mit seiner Axt im Walde. Die ist wie abgebrochen, die ist viel zu kurz unten. Ja, stimmt. Das ist ja alles wie eine Kinderachse, Alter. Ja. Damit kannst du doch nichts töten. Das ist doch keine Axt. Das ist doch... Ne, ja. Du musst du uns den Rucksack machen, ja. Gibt alles Punkte. Oh, wir sind da, Juhu. Das ist eine Kinderachse. Tatsächlich. Ich suche deinen Rucksack. Hast du eine Kinderachse? Ja. Hast du mal gesehen, wie die aussieht? Winzig, Alter. Damit kannst du nichts machen. Ey, hör doch auf, Alter. Es ist schon wieder hell. Wie spät ist es denn? Es wird langsam hell, ja. Es wird langsam hell, ja. 4, halb 5. Oh. Ja, letzte Runde. Jetzt reißen wir mal richtig rein hier und dann geht's los. Boah, ich hab jetzt gar nicht geguckt, ob die Maxen an der Folge sind. Du bist ein bisschen eingepennt auf deinen Rucksack, oder? Ich hab ja ein Bild hier, als würde der einpennt auf den Rucksack. Da hat die Kinderachse in der Hand. Boah, hör auf. Ne, man kommt hier eine Mini-Waffe mit. Dann sammelt man die Messer und verkauft die. Die Jäger braucht die. Hier ist ein Grizzly drin, das gehört mir nicht. Schmeiß dich raus. Schmeiß dich raus. Ich will's nicht. Ich will's. Er hat mir jetzt meinen Rucksack geklaut. Er ist nicht. Hä? Wollt ihr mich verarschen? Ja. Ich schmeiß nicht das Grizzly ganz behalten oder den Rucksack. Mit halt den anderen. Ach, du hast gar keinen? Ne. Gib das Grizzly wieder her bei Freunden. Ja. Hier, 400 und. Was willst du damit? Da bist du gestohlt wegen 400. Das ist ja weniger wie mein Defact. Hör da auf. Danke Stefan, für's mit reinbringen. Oder rausbringen wieder. Für's rausnehmen und wieder mit reinbringen. Ja, ja, brüß dich. Das hat ja Formulien gepostet. Also Formulien... Ja, das... Ja, das... Ja, das... Ja, das... Ja, das hat mich da angeschaut. Das hat mich da angeschaut. Das ist ja nicht immer, ja. Das kriegst die Bemission nicht mehr zu counten. Das ist ja... Geld ist ja kein Problem. Mhm. Das kriegst du nicht. Da ist schon irgendwas am Eingang. Den. Lass abgewirfen, okay. Wen hast du gesprengt? Oh, das ist Killer! Das ist Killer! Das ist Killer! Das ist Killer! Das ist doch für dich, Matze. Ja. Den deck ich ein mit Granaten in den Hund. Ja. Ja. Steck ihn ein. Eine nach der anderen. Die Wechse! Geil! Oh, ich hab... Ja, ja. Geil! Wollte ich mal sagen. Ich hab gerade einen Unfall gesehen. Geil! Hier steht noch was am Zaun. Hier steht noch was am Zaun. Ich hab auch noch... Ich hab auch noch eine Granate hier. Im Tattoo. Ich weiß nicht, was es ist. Woher? Ist der? Oh, der schmeißt doch nichts zurück. Was? Der fies doch eher. Das ist KSGF. Das ist ein Guard. Ja. Ach so. Da hab ich noch eine Naid. Ich hab keine mehr. Ja. Hahaha. Was hinterm Pelzen? Ja, der muss gleich der dahinter sein. Ja. Ja. Was ist da? Wenn der nicht tot ist... Aua! Oh. Oh. Der Bindel ist getroffen. Wieso ist der nicht korrekt, alter? Frag mich auch. Genau. Kommst du den Heim nie mit deiner Adidas Hose. Hm. Alter ne geile RPK der Hund. Den hab ich hier. Ja. Da sind doch zwei. Okay. Ah ne. Aquila liegt hier drinne tot. Okay. Ja. Stimmt. Ja. Das ist doch doch nicht klar. Der Affenkunde. Hat er noch Granaten? Mal anzappeln hier das Vieh. Das hat Hunde APK. So, ich will aber meinen Rucksack mal hier draußen liegen lassen. Ja. Die haben alle APK. So, ja. 45. Das ist doch noch ne Granate, Junge. Das war eh noch drinne, ja. Das würde mir so 60er mit ausleihen. Was macht du mal? Nimmst du von mir aus alle drei? Das ist eh ein Goldnick. Ja, deswegen. Da lade ich mich hier rein bei mir. Die kann ich ja nehmen. Sag Bescheid, wenn ihr fertig seid da. Ja. Ich bin jetzt grä. Okay. Hier oder oben? Oben. Oben, ja. Könnte Kollern frei sein. Hm. Boah, hau ab. Da geht meine Waffe nicht. Ja, aber nicht zu mir! Was? Habe ich euch gesprengt? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ihr müsst doch sagen, wenn ihr loslauft. Wir sind hier hinten drinne. Ach so. Ich bin nicht Twitter. Ich bin durch den Deckel gegangen. Ich saß ja hier als Erfes, oder? Ja. Oh, ich hab Granaten. Das ist doch gefährlich. Ich hab mich getroffen. Hast du ihn? Nein. Nee, warte. Ich hab ihn. Nein! Nein! Der ist in die Knie gegangen. Und schießt nochmal. Ich will ja mich verarschen, Alter. Der war tot. Alter! Der ist zusammengerutscht vor mir. Und auf einmal schießt er nochmal. Kaban ist das. Ach so. Ich hab Zagila getroffen. Mit der F1. Scheiße. Jetzt ist er tot. Oh, Mann. Kaban. Den hätte ich auch gebraucht, Alter. Der ist ja vor mir zusammengebrochen. Der war tot. Und auf einmal schießt er noch einmal. Hä? Hast du zufällig noch eine Granate? Ja. Ich glaube, ich habe auch noch welche. Bei mir, genau. Ja, da komme ich ja jetzt. Ach so. Wo soll ich denn hinschmeißen? Einfach mal in die 1 vornherein. Ins Fenster. Ich weiß nicht, wo der da steht. Ich weiß nicht, wo der da steht. Ich weiß es nicht. Ich hab Holz gehört. Oh, da hinten steht einer. Und funzelt rum. Einfach töten. Ja, töten. Genau. Meine Granaten. Die ist dafür geeignet. Da kommen wir ja nicht dran. Der steht ja in der Einsel. Mitten im Gang. Ach so. Mhm. Oh, nee. Jetzt ist die an der Lampe abgeprallt. Wer sind hier? Na, warte, warte. Der steht irgendwo rechts oder links in dem Raum. Kann das sein? Oh, scheiße. Ich hab keine nicht mehr. Meine zwei sind deine. Komm. Hat der hier noch Granaten? Komm. 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 Wie kommt zu Hause? Komm. 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 Nein, ich kann nicht schießen! Er knüppelt mich zusammen! Stefan! Stefan! Leg ihn um! Leg ihn um! Ja geil! Das dumme Schwein! Er knüppelt mich zusammen! Ich kann nicht schießen! Ey, das war der Behinderte! Wo die Waffe klemmt? Ja! Er knüppelt mich zusammen! Jetzt habe ich es am eigenen Leib gespürt, er hat mich zusammengebezogen. Wie ist das so, wenn du ihn abkriegst? Übel! Auf das Video freue ich mich geil! Er knüppelt mich! Er hat tatsächlich aber nicht viel Schaden gemacht mit seinem Knippelei! Macht er auch nicht eigentlich! Der Knüppel ist nicht so dumm, wie es alle denken! Aber ich muss was essen, Alter! Ich habe mir seinen Knüppel genommen, Alter! Geil! Aber nützt mir nichts, wenn ich nichts zu essen finde! Naja, den Knüppel nehme ich ja mit raus! Den habe ich ja eingesteckt! Oh, jetzt wird es schon dunkel! Stefan, du hast auch nicht irgendwie zufällig was! Äh, zu essen? Hm! Nee! Dann muss ich jetzt irgendwas suchen! Oh, Blei hat doch was! Ja, wirklich hätte er auch was gehabt! Ich weiß es aber nicht genau! Ich habe hier so ein... Was gehabt! Da vorne ist was! Ich habe es gehört! Ich habe es gehört! Alter! Ich... 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 Nee da! Außen, 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 außen! Ja, warte! Der ist vorbei gerannt! Ja, wo war das? Ja, der ist rechts rum! Ja, der ist rechts rum! Der противnik entstößt! Ja, ist denn das? Weiß ich nicht! Irgendein Gart oder sowas! Ich wollte nur gerade raus mal meinen Rucksack holen! Mann, ich brauche was zu essen, Stefan! Ja, da müssen wir was suchen! Wir müssen runter in den Keller! Unten gibt's was! Ich halte das hier nicht mehr aus! Weil der Fette alles gefressen hat! Ich denke, Tobi hat was dabei! Ich weiß es nicht, ob der ein Quas hatte! Ein Quas ist auch was zu trinken! Das macht doch auch Energiekörper! In der Quas glaube ich gerade nicht! Das ist ja! Kraftvolles Ding! Und Kuchen! Da muss doch irgendwas dabei haben! Und die Granaten auf alle Fälle! Ich hier in den Keller! Ey, ich muss jetzt hier... ...Gressen suchen, sonst liege ich daneben! Stefan, komm mal mit dem Keller hier! Und such mal hier! Hier in den Räumen ist eigentlich immer was zu essen! Irgendwas! Mensch, gib mir doch was zu essen! Ich lauf mal rüber! Ich seh ja auch nicht mal so richtig gut! Mensch, was zu fressen! Oh, Milch! Oh, geil! Oh, und Whisky! Wo ist denn Erbsen? Hier! Komm hier! Oh, geil! Ich hab's doch gewusst! Im Keller gibt's was zu fressen! Hahahaha! Alte Erbsen! Von 2,90! Sonst hätte ich jetzt den Whisky gesoffen! Hm, naja, geht auch, ja! Energie plus 10, naja, aber... Was? Willst du raus? Achso, naja... Na ja, machen wir uns raus! Dann... Dann kommen wir mit 3 nochmal rein! Sonst dauert das ja zu lange! Ich bin eh gerade im Sklepp! Ihr könnt nur 5 Minuten machen! Naja, 5 Minuten kommen wir zum Ausgang! Ich fliege auf über 60 Kilo! Oh, okay! Oh, ho, 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 ho! Hm... Sachen gibt's! Was klappert denn hinter mir? Was? Was? Ah! Oh, alter! Du hast die Knarre von dem genommen! Alter! Was klappert denn hinter mir? Der hat die fette Bumme! Ja, ja! Du kommst, dann gehst du! Alter! Was? Von wo denn? Keine Ahnung! Alter! Bist du bescheuert? Ja, da sieht... Da sieht mich doch ja nicht mehr der Spinner! Ja, richtig! Ey, ist hier wo du hinschießt, alter! Und wo er mich noch getroffen haben möchte! Das kann ja gar nicht sein! Wo er mich noch getroffen haben möchte! Besser kann man nicht sein! Besser kann man nicht sein! Besser kann man nicht sein! Ja!